Hallo mein Name ist Sascha Helle, ich bin CEO der Firma Flightcopter in Deutschland. Ich möchte euch unseren neuesten Spross in der Familie vorstellen, einen Copter mit 12 Motoren. Die Rahmenform ist die eines klassischen Hexacopters, 6 Arme, 12 Motoren, Koaxanordnung der Motoren, 2 Motoren pro Ausleger. Die Motoren kommen von der Firma Hacker Typ A30 mit 800 kV. Luftschrauben verwenden wir bei den oben liegenden Motoren APC 14x4,7 Zoll, bei den unten liegenden Motoren APC 13x6,5 Zoll. Akkus haben wir jetzt im Moment in diesem Heavy-Last-Copter, zweimal 5000 mA, 4S mit 45 C. Gesamtflugzeit mit einem Abfluggewicht, Gesamtabfluggewicht ca. 8 Minuten. Der Copter alleine ohne Zuladung wiegt rund 4 kg, 3,5 bis 4 kg. Wie gesagt, Zuladung haben wir jetzt in diesen Demo-Flügen bei rund 5,5 kg. Das ist das Programm. Musik 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 Musik